Ein Chrysler im neuen Kleid. Der Lancia Thema basiert auf dem Chrysler 300c und ist das neue Flaggschiff in den Reihen der Italiener. Er tritt imposant auf, mit einer Länge von über 5 Metern und 1,9 Metern Breite. Hinzu kommt das stattliche Leergewicht des Testwagens von rund 2,4 Tonnen. Ein 3 Liter V6 Turbodiesel treibt die viertürige Limousine an und sorgt mit 239 PS sowie 550 Newtonmetern Drehmoment für beachtliche Fahrleistungen. In 7,2 Sekunden schafft es der Thema aus dem Stand auf Tempo 100 und beschleunigt bis auf 232 kmh. Geschaltet wird per 5-Stufen-Automatik. Allerdings schluckt der Lancia rund 10 Liter Diesel auf 100 km. Auf den vorderen Plätzen gibt es genug Bewegungsfreiheit und dank elektrisch einstellbarer Sitze findet nahezu jeder Fahrer die für sich optimale Sitzposition. Im Cockpit bietet der Lancia amerikanische Fülle und italienisches Modedesign. Er ist sauber verarbeitet, allerdings sind nicht alle Funktionen intuitiv bedienbar. Ab 50.900 Euro gibt es den neuen Thema bei den Lancia-Händlern.